Los geht's! Guten Tag! Guten Tag, hallo zusammen! Hallo! Ich hab' meine alten Videos gelöscht. Was für Videos gelöscht? Die ich schon hochgeladen hab' alle. Da ist der Clemy, unser Clemens. Guten Tag, Clemens. Da ist unser Adam. Und da ist unser Schützerplayer, dessen Mikro leider kaputt ist. Und der so'n ganz Brainfuckt kindert. Ja, der kann uns auf jeden Fall hören. Ähm... Ja, was macht man jetzt? Hast du jetzt hier die ersten Server-Zeig-Videos ausgelöscht? Oder was? Von meiner Festplatte, ja. Achso, was denn? Doch nicht von, äh... Ich darf das doch auch abenden, mach ich zumindest immer. Was, was, was? Ich ernte hier beim Patrick immer den Scheiß ab. Ja, mach's nochmal. Der hat dir sagt, dass ich das darf. So, jetzt zeig ich mal den Hafen, geh ich mal erst hier lang. Oder jetzt zum Heißen dahinten. Ne, ersten Hafen. Da, 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 da. Das ist so ein bisschen langer. Das ist so ein bisschen langer. Das ist so ein bisschen langer. Ja, das, ja, geht doch mal so. Geh mal hier drauf. Das soll ein Kram sein. Ja, das, das sieht man aber. Das hat ein Kram aus. Vielleicht könnte... So ein bisschen. Ne, das geht ja nicht. Hab' grad gedacht, mit Half-Steps können wir das machen. Aber das geht ja nicht, weil das... Man kann ja nicht die oberen Half selbst immer machen. Man kann ja immer nur die unteren machen. Finde ich cool. Könnte man eventuell... Eventuell auch noch ändern. Hier ist auch ein Weg. Hat sich hier auch auf den Weg gemacht. Hier das Wasser kräuselt sich so hier. Äh, ne, soweit ich weiß nicht. Wo wohn's mal... Oben auf dem Berg, da ist so ein Haus. Und da in der Nähe. Oh, ich kann nicht mit dem Boot fahren. Festges... Festfahren. Das Häuser war ja auch noch nicht ganz fertig, ne? Oder? Äh, ich hab' irgendwann aufgehört zu bauen, also... Ja. Nein, ist noch nicht fertig. Ähm... Ja, das... Dann soll ich mal unsere Lagerhalle... Mit'n Büllchen. Na, das Ding hab' ich schon kaputt gecrasht fast gerade. Ja, fast. So. Schneller. Achtung, da bleibst du stecken. Ach, schade. Da bin ich hin. Da bin ich hin. Da bin ich hin. Da bin ich hin. Nein, nein. Verdammt. Kaputt. Verdammt. Verdammt. Was? So'n... So'n... Ja, aber wir haben ja alles ausgerissen, die ganzen Wände. Das sah vorher ganz anders aus, also sieht jetzt schicker aus, auf jeden Fall. Schicker. Schicker sieht das aus. Ja, schicker. Und da hinten kann man das lesen, hoffe ich mal. Ähm, mit meinen Fockeinstellungen nicht. Da geh' ich gleich mal auf jeden Fall hin. Ähm, hier ist ein Nummernschild. Nummernschild. So, ihr dürft mal raten, was das ist. Niklas den, Skype, ja... Nein, 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 nein. Du darfst nicht sagen, was das ist, dann schreiben wir ganz viele Kommentare und raten. Mhm, mhm. Was? Ja, hier, du darfst nicht sagen, was das hier darstellen soll. Ja, ich... Eben, deshalb frage ich ja. Was ist das? Was soll das darstellen? Ja, dann... Was soll das darstellen? Dann schreiben sie ganz viele Kommentare bei dir. Ja, ist doch cool. Ja, deswegen darf ich sie ja jetzt nicht sagen, weil die es sonst wissen und dann keine Kommentare mehr schreiben, okay? Mhm, 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 mhm. Hat ja Niklas hier jetzt nicht... Äh, Niklas, ey, das ist immer so schlimm. Mhm. Patrick so. So, und wir haben jetzt hier so einen kleinen Weg gemacht. Der regt sich ja auch auf, wenn man Niklas sagt. Dann machen wir, glaub ich, noch ein bisschen anders, hier zum Beispiel. Aber gucken wir mal, auf jeden Fall haben wir jetzt so Glowstone, äh, Lattean schon, hier, hat da der liebe Adam gemacht, da vibriert mein Handy grad. Voila. Ja, ich kann grad nösch. Hier spielt der Ryze eigentlich noch hier, ja? Ähm, der war noch nicht mehr on, der war auch nur einmal on, genau wie, äh, J. Cartrolling. Ich fang auch noch einmal on. Hier ist dann der schöne Weg. Da unsere Bäckerei. Und dann ist das jetzt hässliche Weg. Ja, dann, dann ist hier noch, äh, so eine kleine Brünsche, äh, Brünsche hab ich hier gemacht. Hm, Giovanni. Äh, ja, den Weg hab ich noch weiter gemacht, der war ungefähr bis da vorne oder so nur, hat der Patrick gemacht. Bis hier, glaub ich. Hier ungefähr so. Und dann hat, dann war der, äh, Muffin Production on. Der kam heute auch erst. Äh, hat das Häuschen hier gebaut. Wurste leider schnell gehen, aber der, äh, dort ist auch ein sehr innovatives Häuschen, find ich. Äh, ich hab keine Hacke dabei, rette mich. Und keine Items. Tja, schade. Komm nach oben. Ja, hier ist ein Stein und das ist zwei hoch. Ah, ich hab ne Idee. Na, egal. Das ist richtig warm. Na, aber dann wär ich hier ganz weg, ich hab ne Idee. Hoch. Ach. Äh, Dreck hab ich bestimmt noch dabei. Ja, oder so. Ja, wir sind in einer Konfi. Jo, das tun wir. Hier, hier, man sieht jetzt das, was du zeigen wolltest. Äh, hä? Den Stadtnamen. Ja, da geh ich gleich ein. Wo bist du denn? Warum? Ich bin, äh, nicht TeamSpeak. Ach, TeamSpeak. Pfff. Skype, äh. Mensch. Okay, ich find dich nicht mehr. Also nicht für ne Konfi. Oh, da ist ein Muster. Pfff. Krass. Krass, krass, krass. Das sieht doch auch schick aus. Hast du das schon gesehen? Ne. Von, äh, von Clemy. Nee, wo ist denn das Haus? Keine Ahnung. Hier neben dem Gewächshaus von... T-T-Tot. T-Tot. 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 Muss mal die Tür für mich aufmachen. Die ist, äh, protected. War die Tromm. Ja, hat Reus schon gemacht. Ja. Achso. Ich dachte, dass hier die, äh, Treppe unten. Von unten. Wisch. Wo ist мест ¿Рud? Es wird mirULA! Und den Kaminen. Ja, morgen mal nach. Draußen jenen. Levent. Wie so eine denn? Aber es war weg. Da dafür ist, den ich mir genau die, ich mich habe, über Estebl creo inny gesehen. Die im Hobby habe ich mir woanders angegriffen. ja da braucht ein kleines schickes haus gemacht auf jeden fall in der zeit und der online war dann jemanden ob sie 1999 haus muss für mich offen lassen ja habe ich ja wir gucken ja schon geklaut wird sonst sehe ich tat ja ich habe ja lockt drauf du bist sie hier mit gar nicht und ich weiß das sieht nur oder sah nur von draußen wissen komisch aus ja wir sind mit dem haus vom klinik die zieht nicht schlechter ist also vor allem weil das nicht mehr so gestört aussieht weil der so klein war der Ast unten könnte man ja auch zusammen machen und müssen bis zu direkt übereinander ich habe ein bisschen da so hat er trägt Daniel der Patrice nicht stamm und auch er hat doch erst nachdem ist er passt gepasst trinken etwa Prozent das Wochenende aus dem das ist jetzt das hat zu stellen dass sie sich alle freundlich das hat der Patrick gemacht es hat die Rundführende der Euro wir nehmen gerade auf im Verlauf ach geil Leider ein bisschen mehr dazu müssen das ist ein echt kleines Eis aber von außen sieht's schick aus welcher das Wort ob es des Kindes echt krank der ich musste mal von weiter weg angucken ich bin krank wenn der Kuh rumläuft das ist voll schlimm die Bursch hat die Bursch kennen alle schon sag das nochmal die Leute das kennen ähm und dann ja jetzt sieht man zwar gut ja ne was sollen das jetzt hier sein mit der Kuh oben drauf da wird hier die Frage ne eine Frage reicht wollen die Leute ja nicht überfordern so ich geh mal zu deinem Senggarten es ist ein Sumpf wenn es denn so aussehen könnte hat jemand einen Eimer voll Wasser? ne ich hab ganz viele Eimer mit Wasser gut weil ich brauche nämlich ich will Graschenburg Graben machen Prozent ich gehe mit meiner Schriftbruch wie lange hat sie nur auf YouTube auch hochladen Prozent halbe Stunde ist wie lange macht es wie geht es keine Ahnung ich sag auf jeden Fall wenn ich dann Schluss mach wie fandet ihr es besser als das Gras noch nicht so ganz bis nach unten ging oder so jetzt wie es ist halt wer hat mein Baumbus kaputt gemacht? Rolf überprüfen ich weiß dann kannst du auch mal deinen Griefer-Schutz zeigen hier das das den unteren äh lock kann aber gar nicht sein die unteren mach ich nie weg wenn ich nur created nur created äh 407 destroyed wer hat's destroyed ja du selber ja aber den unteren ich mach das hier unten weg na egal er steht jetzt nur bei mir nur steht zweimal da dass du den gemacht weggemacht hast na egal dann war ich so oder ich und ich hab ihn nicht aufgesammelt oder so ah da ist Schizo Player wieder mit seinen Fluchten Skin wo ich hab ihn überhaupt noch gar nicht gesehen ah der ist auch gerade erst an so habe ich gerade erst auf die Weitlist gepackt Jürgen Lanzeklemy krumm wat dreht mir die ganze Zeit hier die Tragen auch mehr Baumbus an ah scheiße Stehens ja auf jeden Fall ist das auf schon mal tief gelägt alles so du bist nur ich finde es mal nett ja ich das glaube ich auch ganz schön da wer der Haus findet er nicht nochmals löscht worden wir können sie zeigen das hast du auch noch gar nicht richtig gezeigt oder um lieben und hat die auch Headset so kommen der Nähe der Art Prozent kaputt oder ein Torst Prozent konnte eben paar Worte rauskriegen okay genau oh mein Gott das ist das wenn es gehen am liebsten um die Gotteses das wenn es gehen so hier jetzt hinter mir kakt den es so nur vor wie es nicht mehr gehen wie alle Kratten die Kakteen Reine bei euch jetzt kann voll geleckt ihr seid zu viel den Klinik für die Kakteen aber wir leckten nicht abgeschlossen muss man aufmachen und nö in Ordnung ist ein Verhältnis der eigenen Bödel die Verschaffung mit selber Zugang doch doch ich bin schon bin ich dran Räutungen hier noch viel schneller und nicht so darf ich den Baum ist kaputt machen er hat noch alles über das Wort auf der Stil Patrick ist doch okay dass wir deine Makapot machen ja bei letzter Stehen lassen es ist ja noch nicht so viel die nicht für mich die Kirche nicht nur ein bisschen ich habe es wusste so ein Verordnungs aber ich habe ein Niemals gezogen steht so dass das nicht zeigt war so rutsche man auch nicht was auch schnell von oben und ja die Wasserrutsche dies gar nicht verkehrt und ich will auch müssen rutschen Prozent Teilen von Hau ab, Hau ab, Hau ab das ist aber nicht so rutschig Oh, das ist voll lolbob lolbob ja warum? anders als lobob komm, wir können mal die unverbackte Hölle zeigen unverbackte die nicht ver... die nicht weg in die Hölle oh, alle reihlos oh, wie gierig die immer hinterherrann, wenn ich wieder aufnehme, ey, das ist doch nicht was? nein, ich glaube ich bin die ganze Zeit hinterher ich glaube, dass er das Recht dazu ich auch du bist nicht, 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 du bist nicht Herr Wienke Kaum wie viele Euro die Minute äh, hilft mir Leute wieso sind die zwei Briggs äh, ey, ey, wie macht man eigentlich Bricks? Clay in den Ofen und dann vier Stück, so wie wenn du Glowstone direkt Glowstone machst, ja, was auch noch Wie hat er das nochmal gemacht? Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, um mir mein Essen zu holen Oder vor, wenn ich noch in mein Bett gehen Ah, hier ist die Wasserrutsche Cool Ja, auf geht's, auf geht's Ach, das ist voll die Babyrutsche Ja, die ist auch eigentlich, mit dem Boot sollte man hier runter Ach ja, komm, wer hat ein Boot Ich will ein Boot haben Und hier geht's dann wahrscheinlich zum Unterwasser raus Äh, kann sein Aber ich muss, ja, aus Jawohl Voll die Folge, die auf Schritt und Tritt Ach, nö Moment, meine Mauskart so Verdammt, warum ist das zu? Ach, warum ist das zu? Das ist so schmierig Nürnberg Volker Lass mich mal rein Nein Hallo Hallo das ist ja ein das hat er wird dennoch den Jürgen Wester und das sagt Patrick und okay ich brauche auch Prober ich bin so böse ich bin so böse ich bin so richtig folgt so ihr baut oder Freudenhaus weiter um ich bin ich bei dem Burgkrat und ich bruchte den Burgkram Wart von Burgkram Prozent den Graben für die Burg ich bin ein bisschen sattlos erde loswerden die jetzt alle aufgaben diese dreckige Penner ich bin so arm ich kann mir keine Erde leisten er hat die Bibliothek verändern unter anderem das ist ja cool aber aber ich habe das selber ein dreißig nein läuft er nicht hier fehlen noch zwei kennt das noch eine von euch 31 läuft das selber ein dreißig was da bin er da ich schickste um Prozent der Prozent lacht sich im Arschabend steckst nicht warum was die Lampen sind geil die Lampen sind geiler die gemacht liebe Adern haben wir in die Haas die Zeit aufeinander gestapelt richtig richtig völlig auseinander gestapelt du musst warte mal oben nach unten in ihren Füßen ist angesprochen Hörger was wir ja er ist ohne ich habe auch bei den beiden Beispiele was er kamen ich hab hier auch in den Weg weitergemacht Patpakt ja 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 ich hab's gesehen ich sehe ich sie ist sie ist sie alles ist und du darfst ein Gerhard Schema gemacht ich habe eine sehr schlaue Frage warum heißt vielleicht hier sie überhaupt Fleischkäse Fleischkäse ja weil ihr weiß nicht die Fleischkäse er weil das wie Fleisch aussieht aber Ketten ein andersrum dass die Käse aus wie auch Fleisch ist so Rolf du kannst kein Fleischkäse um und scheiße um um das heißt bei uns anders wenn du das mal steht ihr bei der Säule die Lerwärter genau und Leber Kerstin die die Erweite steht ihr mit vielleicht hast du erledigt das ist auch so ein Semmel und hier ein Brünscher das habe ich glaube ich warum heißt es jetzt und er hat ja auch den habe ich noch keine Ahnung oder es geht es nun und zwar hat die Markknochen dieser Welt weil ich schlag den Hund wo ist er um 4 Patrik ab Prozent wo er ich habe und zwei Schaufel hiepen getötet an das ist das ob wo das ist es uns waren und ich hab jetzt voll völlig verstanden ob Montag sind Tüttel Tüttel Tümonster an ja auch das sind ein Grund ich will dass sie mich verfolgt dann sieht es aus als würde ich mich mögen Scheiße ich bin rausgeflogen wie immer noch so ein paar mal pvp an ich denke nicht richtigen Antwort aber du kannst du kannst du kannst du so einen Plaggen holen dass du du so eine Arena Geburt fest wie ich kann ja wie heißt das spleef oder wie keine Ahnung spleef, ja spleef meine ich heißt das also die Lampen die sehen schön aus man ahnt dass sie ja richtig was getan ich weiß ich bin halt toll ja ich mach jetzt ja 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 ja